Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unerheblichen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um Energieaudits. Energieaudits basieren auf dem Energiedienstleistungsgesetz, welches im Jahr 2015 eingeführt wurde, beziehungsweise deutliche Novellierungen erfahren hat. Im Jahr 2015 wurde dann auch das erste Mal ein Energieaudit zur Pflicht und hatte eine Durchführungsfrist bis Ende 2015. Energieaudits müssen alle vier Jahre durchgeführt werden, sodass wir jetzt Ende 2019 wieder zu einer Durchführungsfrist kommen. Und deswegen ist es aktuell ein unglaublich wichtiges Thema. Energieaudits basieren auf einer Norm, nämlich der DIN N16247, die einen europaweiten Standard zur Durchführung von Energieaudits beschreibt. Aber was ist ein Energieaudit eigentlich? Schlussendlich ist es eine regelmäßige Energieberatung zur Überprüfung des Energieverbrauchs. Da besteht eine Pflicht für sogenannte Nicht-KMU, also nicht kleine und mittlere Unternehmen. Es gibt ja eine KMU-Definition, die sich schlussendlich an der Anzahl der Mitarbeiter, dem Jahresumsatz und der Bilanzsumme orientiert. Also alle Unternehmen, die nicht in diese Regelung fallen, praktisch alle richtig großen Unternehmen, haben eben eine Pflicht für die Durchführung von Energieaudits. Oder je nach Größe lohnt es sich sogar, ein richtiges Energiemanagementsystem bzw. Umweltmanagementsystem einzuführen. Das sind aber nochmal ganz eigene Themenkomplexe, die ich sicherlich in der Zukunft nochmal genauer auseinandernehmen würde. Die Einführung von so einem Managementsystem lohnt sich vor allem bei einem richtig hohen Energieverbrauch, als zum Beispiel im metallverarbeitenden Gewerbe oder in der Chemieindustrie. Ansonsten ist es notwendig, wie eingangs erwähnt, ein Energieaudit durchzuführen und zwar alle vier Jahre. Das ist also im Jahre 2015 eingeführt worden, damit im Jahr 2019 wieder notwendig und dann spätestens wieder im Jahr 2023 durchzuführen. In einem Energieaudit wird der Energieverbrauch des Unternehmens analysiert, schlussendlich auf Basis von ganz aktuellen Energiedaten und Kennzahlen, die das Unternehmen liefern muss. Das umfasst alle Teile des Unternehmens, also auch Niederlassungen, Büros, Maschinen, den Fuhrpark und so weiter. Dabei wird das Verbrauchsverhalten, schlussendlich das Lastprofil des Unternehmens und seiner Prozesse und Abläufe genau geprüft. Dabei ist ein wichtiger Punkt natürlich, wie die Mitarbeiter innerhalb der Prozesse sich tatsächlich verhalten und wie damit nicht nur die geplante, sondern auch die tatsächliche Energieverbrauchssituation so aussieht. Und schlussendlich werden Optimierungsvorschläge ausgearbeitet, um die Energieeffizienz zu erhöhen. Das Ganze findet durch einen Energieauditor statt, der bei der BAFA, das ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, gelistet wird. Die Listung als Energieauditor passiert schlussendlich, indem man sich dafür qualifiziert. Dafür braucht man einen technischen Hintergrund, am besten energietechnisch und muss verschiedene Fähigkeiten nachweisen und eben die Eignung damit begründen. Und dann kann man sich bei der BAFA listen lassen, indem man praktisch einen Postleitzahlenbereich festlegt, für welchen man als Energieauditor auftreten würde. Das kann grundprinzipiell auch bundesweit sein, aber schlussendlich läuft es ja so, dass man das vielleicht nebenbei macht, weil es wird ja auch nur alle vier Jahre so richtig notwendig sein. Und dann kann man eben sagen, ja, ich mache für die Postleitzahlengebiete in meiner direkten Nähe einen Energieauditor und kann ein bestimmtes Tätigkeitsprofil auch gleich noch mit angeben, sodass man womöglich auch weitere Energiemanagement-Dienstleistungen anbieten könnte. Und dann wird man eben gefunden, wenn jemand nach einem Energieauditor für ein bestimmtes Postleitzahlengebiet sucht. Wie sieht der konkrete Ablauf eines Energieaudits aus? Es beginnt damit, dass ein Unternehmen natürlich erst mal mit dem Energieberater, also dem Energieauditor, plant, welche konkreten Ziele hier eigentlich erreicht werden sollen. Was ist der Umfang des Audits? Welche Daten können zur Verfügung gestellt werden? Welche Standorte gibt es eigentlich? In welchem Zeitrahmen soll das Ganze stattfinden? Und was sind eigentlich tatsächlich die Einsparziele? Es wird dann also ein Vertrag geschlossen, da gibt es Regelungen für den Datenschutz, weil natürlich der Auditor relevante Daten geliefert bekommen muss. Es wird ein Projektplan festgelegt, also welche Niederlassungen wann geprüft werden. Der Auditor gibt eine Praxiserläuterung an, zum Beispiel auch die Mitarbeiter, die jetzt hiermit involviert werden würden. Es wird überhaupt erst mal eine richtige Information an alle Mitarbeiter gegeben, damit die auch wissen, hey, hier kommt demnächst ein Energieauditor vorbei und prüft hier verschiedene Energiesparmaßnahmen oder eben unser Verhalten und unsere Prozesse rund um den Energieverbrauch. Und schlussendlich muss ein fester Ansprechpartner für den Energieauditor benannt werden. Das bietet sich natürlich an, wenn es schon einen Energiemanager gibt oder jemand, der sich zumindest mit den technischen Rahmenbedingungen rund um das Energieverbrauchsverhalten im Unternehmen auskennt. Der Energieauditor bekommt jetzt also die verschiedenen Daten, die er braucht, geliefert und wird sich jetzt erst mal in seinem Büro mit der Datenerfassung beschäftigen. Das heißt, die bereitgestellten Daten werden ausgewertet und relevante To-Dos abgeleitet. Das heißt, er prüft jetzt schon mal, was muss er später in seiner Vor-Ort-Begehung machen, damit er hier am Ende die bestmöglichen Ergebnisse rausbekommen kann. Diese Daten umfassen dann also zum Beispiel auch Mitarbeiterinformationen, Arbeitsabläufe, also Prozessabläufe, die geplanten Änderungen, die energierelevant wären, also Fuhrpackserweiterungen, neue Maschinen und so weiter, bereits durchgeführte und für die Zukunft geplante Energieeffizienzmaßnahmen, die Energielieferverträge, die das Unternehmen hat und dazu noch Daten rund um den bestehenden Energieverbrauch und die Energiekosten, die so anfallen. Nachdem der Auditor diese Daten für sich aufbereitet hat, geht er in die Vor-Ort-Begehung. Das heißt, er prüft tatsächlich in den Niederlassungen und Büros, den energetischen Ist-Zustand. Er erfasst das Nutzerverhalten, also prüft, wie die Mitarbeiter sich so verhalten rund um energierelevante Faktoren. Das kann zum Beispiel das Stand-by-Verhalten rund um elektronische Geräte umfassen oder auch die Lichtnutzung. Und schlussendlich erhebt er die konkrete elektrische oder thermische Leistung der Anlagen, die in den Niederlassungen verbaut sind. Neben dieser Beobachtung und Erhebung geht es aber auch in eine ganz konkrete Befragung der Mitarbeiter. Welche Verbesserungsvorschläge haben diese? Welche Rahmenbedingungen zwingen die im Alltag, ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen, was womöglich optimiert werden könnte und so weiter. Nach der Vor-Ort-Begehung führt der Auditor jetzt eine Analyse durch. Also welche Daten konnte er erheben? Welche Beobachtungen hat er gemacht? Das wertet er aus und wird Potenziale ableiten. Also wie könnte man jetzt hier das Verhalten verbessern? Wie könnte man mit Energieeffizienzmaßnahmen hier etwas verbessern? Er bilanziert die Energieflüsse, also sowohl elektrische als auch thermische. Er muss Energiekennzahlen bilden und schlussendlich die ganz konkreten Potenziale, die er jetzt gefunden hat, auch bewerten. Schlussendlich wird jetzt ein Auditbericht geschrieben. Der fasst nochmal alles zusammen, geht auf den Hintergrund ein, dokumentiert das eigentliche Audit, also die Vor-Ort-Begehung und führt die Verbesserungsmöglichkeiten auf, die der Auditor hier gefunden hat. Es folgt dann noch eine Schlussfolgerung, die nochmal die Wirtschaftlichkeitsberechnung und vielleicht auch bestehende Fördermöglichkeiten aufzeigt. Und schlussendlich ganz konkrete Umsetzungsempfehlungen mit aufführt. Zum Abschluss präsentiert der Auditor dem Unternehmen, also den Mitarbeitern und Führungskräften, die konkreten Ergebnisse, also den eigentlichen Auditbericht und ermöglicht eine Fragerunde. Schlussendlich muss er die Führungskräfte natürlich im Besonderen motivieren, die Verbesserungsmöglichkeiten und Vorschläge zeitnah umzusetzen. Ganz wichtig beim Energieaudit ist aber, dass es keine Umsetzungspflicht gibt. Es gibt nur die Pflicht, dass das Energieaudit durchgeführt wird. Eben wie eingangs erwähnt alle vier Jahre. Aber eine konkrete Pflicht zur Umsetzung der Verbesserungsvorschläge gibt es nicht. Das ist etwas anderes, wenn wie vorhin erwähnt Energiemanagementsysteme oder Umweltmanagementsysteme eingeführt werden, weil es da eben auch darum geht, einen ganz konkreten, kontinuierlichen Verbesserungsprozess umzusetzen und nachzuweisen. Beim Energieaudit hingegen ist es wie gesagt nur notwendig, es durchzuführen. Und ob die Verbesserungsvorschläge umgesetzt werden, ist dann natürlich Sache des Unternehmens und vielleicht auch der konkreten Wirtschaftlichkeit. Die Durchführungsfrist für Energieaudits lag im Jahr 2015 ja Anfang Dezember. Und da es alle vier Jahre durchgeführt werden muss, haben wir jetzt Anfang Dezember auch wieder die Durchführungsfrist für Energieaudits vor uns stehen. Das heißt natürlich, jedes Unternehmen, welches einen Energieaudit durchführen muss und jetzt noch keinen Energieauditor gefunden hat, sollte sich schnellstens darum kümmern, einen Energieauditor zu finden und entsprechende Termine zu machen. Einen Energieauditor kann man sehr gut über zum Beispiel die Liste der BAFA finden, welches ich natürlich hier in der Videobeschreibung nochmal verlinken werde. Habt ihr auch noch Fragen zu Energieaudits, dann schreibt die in die Kommentare und ansonsten abonniert den Kanal, liked dieses Video und bis zum nächsten Mal hier bei Energiekram. Mein Name ist Carsten Eckert.